Eines Tages geschah es, dass seine beiden Mitgefangenen zu ihm kamen und ihn baten, ihnen ihre merkwürdigen Träume zu deuten. Einer von ihnen erzählte dann folgendes. Lieber Prophet Yusuf, du bist ein reiner, gutherziger und gläubiger Mensch. Gestern haben wir beide geträumt. Wir hoffen uns von dir, dass du uns unsere Träume bedeutest. Ich habe im Traum Weintrauben gesehen, die ich ausgepresst habe und den Wein dem König angeboten habe. Der andere Mann erzählte Yusuf ebenfalls seinen Traum. Auch ich hatte einen Traum. Ich trug Brot auf dem Kopf. Dann kamen die Vögel und pickten alles auf. Ängstlich bin ich aufgewacht. Guter Freund, du bist ein weiser Mann. Bitte deute unsere Träume. Wir hören dir zu. Yusuf sprach ganz langsam. Ich werde eure Träume bedeuten. Ihr werdet sehen, dass alles so wird, wie ich es euch erkläre. Denn Allah hat mir dieses Wissen gegeben, weil ich an ihn glaube und seine Macht und Einzigartigkeit bezeuge. Ich bin ein Anhänger der Religion meiner Vorväter Abraham, Isaac und Jakob. Wir stellen Allah niemals Götter zur Seite. Solches liegt uns fern. Ihr könnt euch noch so viele Götter und Götzen schaffen. Was nützen sie euch? Eure Götzen, die ihr anbetet, sind keine wahren Götter. Unser aller Gott, der Einzige und Wahrhaftige, der alles Leben erschaffen hat, möchte, dass wir ihn allein anbeten. Denn er ist der Herr über alles Sein. Und nur er kann uns Gnade und Barmherzigkeit erweisen. Es ist sehr traurig, dass die meisten Menschen sich darüber keine ernsthaften Gedanken machen und gedankenlos der Massen folgen, die den falschen Weg gehen. Aber nun möchte ich euch die Bedeutung eurer Träume sagen.